So, wir probieren es nochmal. Wisst ihr, was ich tatsächlich das Gefühl habe? Dass die Fähigkeiten von den Rittern, den Captains und so, sowie auch Axion Darts, dass die extrem stark sind und fast gar keine Rücksicht auf das Power-Level nehmen. Also, ist euch mal aufgefallen, wenn so ein besessener Ritter Feuer macht, ne? Feuer-Ding ist auf dem Boden. Der, der hier. Das macht so unfassbar viel Schaden. Fast egal, was für ein Power-Level du hast. Also, es ist wirklich heftig. Also, in fast keinem Verhältnis irgendwie vom Gefühl her. Ich weiß nicht. Viel Programmierung, vielleicht beabsichtigt. Who knows? Äh, Doppelschlange. Tja, also, wenn ich weiter hier an der Stelle sterbe, dann kann ich das Ganze irgendwie auswendig. Du bist ein Moor-Huhn. Das darfst du sein. Fühl dich frei. Nein, da war es nicht. Die mag ich jetzt nicht alle töten. Ich habe mir das Angleichen des Schadens gespart. Naja, das denke ich eben auch. Das denke ich eben auch. Oder falsch eingestellt. Obwohl es schon durchaus möglich ist, dass sie gesagt haben, hm. Was sagen wir hier? Hier ist der Drache eigentlich. War das, was, war es eine Schlange? Was suche ich eigentlich? Ich habe es wieder vergessen. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Moor-Huhn. Was ist einer von euch im Chat? Hier sind wir richtig. Der sieht gut aus. Heidschatz zu drücken. Ne, mal eine U. Eine U-Schlange. Oh je, je, je. Die rennen einfach mal weg. Kann ich den eigentlich locken? Nein, 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 nein. also eine u-schlange also eigentlich schon doppelte schlange ja für mich ist das so eine u-schlange eigentlich ich mag diese akkolyten augen einfach gar nicht ich mag die besessenen im allgemeinen nicht wo warte mal die die ding schlange die war hier ne glaube ich da drüben doch doch nicht richtig und eigentlich hier um da wegen dem bin ich gestorben weil der vorhin einfach auf dem einfach gespawnt ist mega strange wir versuchen es noch mal hier ja ich mag das rumgeport auch gar nicht mich nervt das auch ja der drache der war irgendwo oben ne ich glaube sogar da jetzt werde ich wahrscheinlich nicht drum herum kommen die zu töten das rumgeport ist halt echt lästig ja ich bin da da hier bin ich richtig ja aber dich hasse ich ganz im herzen ganz tief drin echt schlecht also von mir her war da ist angenehm wenn er das ding die ganze zeit in die wand setzt und wo ist das automatisch gewährt habe das aus dem raid das ist die meisterwerkversion aus dem raid also letzter wunsch raid ich da nach unten guckt loot naja mit paul 4 10 findest du logischerweise keine mitglieder für raids weil du bist zu tief da muss schon 550 sein oder 45 das andere geht nicht aktiv ne jetzt zwei fischer so dann stellt sich jetzt die frage wieder wo waren die zwei fischer upsala achso leviathan raid und so ja das sollte eigentlich gehen aber da kriegst du keinen power level das dich höher bringt ne das weisst du da Fühlst du dich nicht töricht, weil du hier heruntergekommen bist? Ich würde es, wenn ich du wäre. Ein bisschen vielleicht? Vor allem alleine hier runter zu gehen? Ja, ich probiere gerade den Thron flawless. Also ich weiß halt nicht, ob es funktioniert. Weil ich bin gestorben und dann bin ich nochmal raus und wieder rein. Und jetzt habe ich den Speicherpunkt am Anfang gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas aktivieren muss dafür oder ob das halt einfach schlecht programmiert ist. Je ne Ahnung. Weil im Raid muss man ja was aktivieren. Also zwei Fische. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist... An die oben oder vielleicht irgendwo unten in der Höhe. Kommen wir auf sich vor wie in Destiny 1. Zwei Fische. Ah, da habe ich den Fuß gesehen. Ja, hier bin ich richtig. Die Fische sind unten. Macht eigentlich Sinn, ne? Ich mag der Sniper-Gewer, es ist also super stark. Dich hasse ich. Und das hat Gründe. Warte, der nach links guckt. Das müsste jetzt... Der müsste jetzt oben sein, da wo ich vorhin war, ne? Mit den kleinen... Westlichen... Ich an. Ja, Wuli, weißt du denn, ob ich da noch was aktivieren muss oder nicht? Oder ob ich das einfach so probieren kann? Ich habe jetzt einfach gestartet, ob ich da wieder rein oder raus. Ich kann eigentlich nicht alles besiegen hier, weil, äh, keine Ahnung. Mit Verschwendung. Aber ich kann wahrscheinlich nicht drum rum. Unter mir sind noch ein paar. Ich glaube, das war hier oben. Tatsächlich. Oh, nein. Oh, nein. Das war's. Dieser Sniper, ne? Also der hat's in sich, der Junge. Sollte eigentlich auf die Atmung warten, genau. Dauert, dauert. Ich glaube, die Stelle haben wir gleich. Okay, da muss man was aktivieren. Kann einer mal kurz Arty fragen? Zu ihm in den Stream rüber. Mal kurz fragen, ob der das weiß. Ob er irgendetwas aktivieren muss. Im Raid muss man was aktivieren, das weiß ich. Arty weiß was auch nicht in der Regel. Okay. Das war's. Danke dir, Kaffee. Das war's. Danke dir, Kaffee. 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 Ja, die Stabilität auf dem PC ist nahezu nicht vorhanden. Hallo, was ist los? Der mächtige Helm, gefesselt von kleingeistigen Träumen. Ich denke, du bist deinem Zweck entwachsen. Ich denke, dir ist Größeres vorherbestimmt. Ah, das denke ich auch. Mein Schicksal ist es, dich dorthin zu geleiten. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, Arti, du bist gerade da, ne? Weißt du das per Zufall, wenn ich sterbe und das zurücksetze, ob das dann klappt? Also wenn ich dann einfach nochmal neu reingehe, ob das dann als Flawless zählt und als Solo zählt? Oder mache ich jetzt hier einfach für nichts das Ganze? Einfach zum Spaß, so als Jux, ne? zwei Meter Toto zu schlagen. Okay. Das ist alles so nix. Zwei, drei, fünf, hieß. Wir hören uns Wir hören uns zum nächsten Mal. Wir hören uns zum nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich fuhre uns zum nächsten Mal. Ich fuhre uns zum nächsten Mal. Heftig, was die alles für ein Damage-Output haben, ne? Also ihr habt Arti gefragt, der meinte nein, oder wie? Ja, Emblem droppt, wenn du Solo machst, aber ich würde es gerne Flawless nochmal, Solo und Flawless. Ja, so. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, dann ist es zwar Flawless, also ist es zwar Solo, aber nicht Flawless. Das hat Bungie wieder mal gut gemacht. Die machen einen Erfolg, wo du das Solo machst. Das ist stark. Das ist halt echt stark. Dafür muss man nicht ganz 100 sein, ne? Also wie schafft man das? Diesen Zusammenhang nicht, nicht, äh, nicht zu berücksichtigen. Ah, da wird ja recht Slip noch, oder wie? Was ist das? Das war's. was sagt die dazu stream oder wenn ich es auf youtube hochladen youtube ich habe die klauen der schrecklichen arm armker habe ich gekriegt als exo die wollte ich ja schon lange haben und habe ich damals auch gekriegt vor einer millionen jahren deswegen freue ich mich genau den scheißdreck dass ich die jetzt noch mal gekriegt ab dass du findest es gut dass man es nicht zurücksetzen kann lupes jemand wahrscheinlich dass man also gut okay alles klar das schwierigste wird der boss sein der oga das wird ganz komisch dass in dem moment er gestorben ist und ich noch mal schaden gekriegt habe da bin ich gerade mega irritiert also das video hochladen du meinst wenn ich das jetzt so solo schaffe halt nicht makellos weil ich halt den makellos titel dann nicht kriege weil ich jetzt am ersten punkt den reset habe ja klar das kann ich hochladen auf youtube das schon das ist kein aufwand für mich und die leute freuen sich das ist das mache ich gerne so sachen das habe ich glaube ich beim was heißt glaube ich weiß es ja aber ich habe das beim beim dings run beim makellos raid run auch gemacht aber das kannst du da kannst du sie einstellen das kannst du jetzt zurücksetzen mich nervt dass dass ich das nicht einstellen kann hier weil ich meine lauf jetzt ist gerade gut also wissen zu gut vorangekommen mal gucken wie ich mich beim oga schlage das wird hat noch mal ein david heavy das wird habe ich trotzdem ich kann ihm nicht drei hits geben wenn ich wenn ich nicht schrägert kann ich ihm drei hits geben dann kriege ich die munition theoretisch wieder zurück aber wenn ich natürlich nicht treffe dann nicht normalerweise wirklich hier quick fidel darüber aber so makellos ding ist habe natürlich schon dann haben wir schon respekt vor dass der oga da eins zwei drei größen dank für die munition ich habe immer noch nicht verstanden wofür diese ringe gut sind wieder nein tröstet mich nicht das macht mich nicht glücklich wenn ich leide und du auch leidest ich fände schön wir beide glücklich sind mal gucken wie wir uns schlagen also hier ist ja eigentlich ein kinderspiel für mich als warlock jetzt meine ich nicht für mich als person als warlock also hier haben natürlich ein super die super möglichkeit auch einfach hier kurz hin zu springen jetzt bin ich weg wie ich mir ein schild let's go weiter geht's ich kann auch hier drauf springen übrigens das ist es was ich meine ich frage mich echt wie ich das am ende machen will dann hier ist noch mal toll und noch mal zuhören was er sagt er redet nicht er redet einfach weiter aber ich höre nicht mehr alles klar immerhin haben wir noch texte unten wie irgend noch hier sehr gut jetzt wird es jetzt wird es das wird ein spaß jetzt zum knie kratzen das bringt glück mal im kreislaufen bringt auch glück deswegen machen wir das wow das war's mit flawless meine damen und herren aber so machen wir es trotzdem noch der 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 war gut das war jetzt ja jetzt schon mal ogre agress dieses aggressiven ogre ne er auf mich weg zu schubsen ich arbeite hier alter alter wow wird akkor wenn ich das flawless träffliche blablabla bliblublubla blub ja ich bin ja auch nichts flawless verschwindet die kugel eigentlich nach thisie da bleibe ah so der sniper Der Hohn ist auch Flohless, ja, verstehe ich. Tode, zwei Tode haben wir. Ich muss mir eigentlich halt mal eine gute Camper-Pose suchen. Ich fand die Stelle vorhin jetzt nicht schlecht. Probieren sie nochmal. Alles klar, okay, okay, wir kriegen es hin, Stream, wir kriegen das schon hin. So, wir kriegen das hin. Das Flohless zu machen war jetzt schon ein bisschen großspurig. Aber so kriegen wir es schon hin. Oh, okay. Was ich mache, ich probiere hier den zu gebrochenen Drohnen Solo zu machen. Solo-Flohless habe ich gerade aufgegeben, spontan. Keiner weiß so genau warum. Wow. Ich brauche halt einen Rift. Hey, wie beißt das durch, Mann? Jetzt hat es mich. Jetzt bin ich voll die Wildkatze. Jetzt geht es los. Kann man hier stehen? Ich fängt aber nicht an, wenn ich hier stehe. Kann man hier stehen? Fängt aber auch immer noch nicht an, wenn ich hier stehe. Ist aber witzig, dass man nie um den Dusch springen kann. So. Also. Die Stelle hier in der Ecke hat ja gar nicht gut funktioniert. Hier habe ich theoretisch viel Deckung. Ist halt so, wenn ich eine, wenn ich eine wegkriege. Rein in der Theorie. Aha. Jetzt müssen wir das kleinen Gesocks weg. Das ist ganz wie die Hexe von da auch noch. Mein Gott. Das ist eine gute Stelle. Für den Anfang zumindest. Wow. Kannst du das bitte lassen? Danke. Dieser Ogre, ne? Der nervt aber gar nicht. Überhaupt nicht. Null. Schubst du mich wieder? Schubst du mich wieder in den Tod? Drecksack. Ne Elender. Aus. Böse Opa. Ups. Bleibt die eigentlich liegen oder ist die jetzt wieder verschwunden? Die ist verschwunden, ne? Das heißt, die bleibt nicht unendlich lange liegen. Ich muss schnell sein. Okay. Das wäre das Cleverste, glaube ich, alle Kleinen zu töten. Dann die Hexe zu töten. Oder die Hexen überzulassen. Ja, ja. Okay. Jetzt habe ich aber natürlich ein Problem, weil ich das Zeichen des Bitch-Stellers schon auf mir habe. Ich muss natürlich so knicken jetzt. Obwohl, ich kann sie ja... Wir probieren es trotzdem, ne? Wir sind Kämpfer. Wir schaffen das. So, im tiefsten Herzen sehen wir das. 3. 4. 0. Okay. So, wenn eine Position mal... gut weg ist, ist das nicht gut. Ich weiß halt auch nicht, ob dieses Kleingesocks nochmal nachspawnt. Natürlich, ne? Auch so eine Frage. die sich mir jetzt hier stellt. Was ist das bitte, Ola? Danke. Ein Sauhund. Ein Elender. Gut. những hulle. Gut. Gut,울. Gut. 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 Wir schaffen das. Wir bleiben ruhig. Ganz ruhig. Das ist wichtig. Ganz ruhig. Soviel dazu. Wir arbeiten jetzt die Strategie aus, die ich mir vorher überlegt habe. Und zwar... Wenn der nicht immer ver... Danke, du Sau. Also. Jetzt haben wir hier einer alleine. Das passt schon. Wir können halt echt mal ein bisschen freundlicher sein hier. Ich bin Gast. Scheiß Verein. Oh ja, grüß dich. Ganz gut. Selber. Hier tricksen wir ganz kurz. Wenn ich Angst habe. Ja, genau. Wir nehmen die andere Seite. Ich weiß zwar nicht, wie nah die Hexe da ist, aber trotzdem... Auch nicht besser. Uiuiuiuiui. Wir arbeiten uns jetzt vor. Ich lasse die mal stehen und dann an sie gleich allesamt. Ich lasse die mal stehen. Wenn er aufhört, mich zu Piesaken Jetzt habe ich ein Problem, wenn ich Spätzchen mehr habe Ich habe ein Problem, wenn ich Läuft! So. Wow! Die ist, das ist, also, die ist okay. Die ist okay. Bin mit Glattrohr nicht zufrieden, wegen der Projektilstreuung. Aber immerhin. Okay. Nett. Hab ich's geschafft. Hey Ron, grüß dich. Dankeschön, wie ist denn ein Witz? Jo, okay. High Five. So, weiter geht's. Es ist makellos, es ist tatsächlich makellos machbar. Also mit dem Warlock, ja. In einem Team, ja. Solo? Mhm. Auch. Aber du musst halt schon perfekt spielen. Du musst halt schon echt perfekt spielen. Aber es wäre ein Anreiz, wenn es ein schönes Emblem dafür gibt, würde ich das tatsächlich noch machen, sobald sie das geupdatet haben, dass man das zurücksetzen kann. Hätte ich da schon Freude dran, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie macht das gerade... Uh. Spaß. Ich muss sie nicht töten, aber ich mag Hexen nicht. Als Titan eher schwieriger. Also, ihr habt ja jetzt gesehen, was ich gemacht habe. Ich hab halt die Axion Darts abgewehrt, indem ich einfach meinen Rift gestellt habe und hab so viel Überschild und Heilung gekriegt, dass die vier Axion Darts mich nicht töten konnten. Ich hätte keine Ahnung, wie ich als Titan die abwehren soll. Du müsstest als Titan die wahrscheinlich erschießen. Da kommst du nicht drum rum. Das heißt, es dauert viel länger. Das heißt, du schießt die Axion Darts ab, machst Schaden auf ihn, dann wieder Axion Darts, Schaden auf ihn. Und das ganze Prozedere wiederholst du immer und immer wieder. Aber sobald alle vier Hexen spawnen, wird es halt schwierig, weil du... Also, ihr seht's ja, man hat fast keine Deckung. Der Urga schubst einen immer wieder mal raus. Wenn man ein bisschen Deckung hat, kann irgendwo übers Kreuz nochmal ein Scharfschütze draufbölzen. Es ist... Also, es ist schon... Sehr herausfordernd. Also, es hat auch einen Grund, dass ich den Warlock genommen habe. Jetzt, weil ich mir dachte, dass es durch die Selbstheilung halt viel bringt. Zudem natürlich auch die Doppelgranate mit der Heilung, die einen großen Vorteil gibt. Man hat's ja gesehen. Also, es ist schon... Also, wenn man das mit Titan... Also, ich hab schon Respekt davor, wenn man's mit dem Warlock macht. Aber mit Titan oder mit einem Jäger? Mal gucken. Wir machen jetzt zuerst mal den Lauf hier. Da mal schauen. Eine Bubble könnte man machen. Das Problem ist, die Bubble gibt dir die Axion-Darts. Wirft diese Axion-Darts nur zurück. Die gehen nicht drauf und machen Schaden, sondern die ploppen weg. Die ploppen halt so weg. Und die bleiben dann immer außerhalb von der Bubble. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht, wenn man... Wenn man für den Titan die Sentinel-Arme hat. Das könnte funktionieren. Indem, dass man seine Super immer wieder auflädt dadurch. Ich hab schon mal gesagt, dass ich Captains hasse. Ich hasse Captains. Ganz sicher gute Gründe dafür. Also, besessene Captains sind aber ein Captains. Das sind mir egal. Zavala macht das auch immer. Eine Bubble-Stelle, ne? Und überlebt. Vielleicht gibt's schon eine Möglichkeit, mit der Bubble zu arbeiten. Ich weiß es nicht. Ich hab mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, wie ich das mit einem Titan machen würde. Ich hab mir... Wow. Zuerst mal überlegt, wie ich das überhaupt machen würde. Jetzt flatterst du da rum. Was schießt denn auf mich? Sorry, ich müsste mich besser hinsetzen. Ist ne Riesenliste, was ich nicht mag. Pauschal kann man sagen, ich mag die Besessenen nicht. In vielerlei Hinsicht und vielen Kategorien. Was war das? Das ist ne Schönheitspirouette. Guck mal, wie schön ich bin. Ich dreh mich. Kommt noch einer runter, oder? Ich hab' den Käpt'n von mir nur geflogen. Wahrscheinlich ein Werbegeschenk. Show me your wonderful face. Your wonderful face. Das ist die richtige Entscheidung gewesen, dass Scharfschützung mit mir zu nehmen mit dem High Impact. Tatsächlich. Ich hab' jetzt nicht gedacht, dass es so große Auswirkungen hat, aber... Einmal schon. Das hab' ich mich schon immer gefragt, ob ich diese Abkürzung hier eigentlich nutzen kann. Da auf der anderen Seite ist nämlich die Truhe. Tschö. Lebt der eigentlich noch, oder ist der tot? Ist tot. Stark! Stark! Welche Perks ich auf dem Gambit-Sniper hab? Dreifach, Schnelltreffer und Backup-Magazin, dass ich... Also, mach'n Mod. Vergrößer das Magazin. Ich hab' fünf Schuss damit. Das heißt, ich mach' drei Treffer, dann krieg' ich einen Gratisschuss, dann mach' ich nochmal drei Treffer, weil ich ja nochmal einen Schuss dazu kriege. Und krieg' nochmal einen Schuss dazu. Das heißt, ich kann pro Magazin kann ich mir zwei Schuss schenken lassen. Deswegen... hab' ich da Backup-Magazin drin. War'n guter Tod. War'n guter Tod. Ich glaub', Flawless wird nix, Leute. Ich... What? Wird er, der spawnt jetzt sicher irgendwie hinter mir, oder so, und schlägt mir grad'n Schädel ein mit seinem Schild. Bin so sicher. Das wäre so typisch... Bungie. Programmierung. Programmierung. Ein bisschen vorsichtig bin ich hier schon unterwegs. Machen wir Bumm. Danke. Okay. Aha, die runterfallen, äh, Dings-Mechanik. Ja, weißt du was? Ich hole die Truhe hier noch, wenn ich eh schon hier bin. Kann ich gleich zeigen, was ich eigentlich vorhin meinte. Hi, Toland! Ähm... Hier. Dieser Truhe. Ist genau von da aus, ne? Ich glaub', ein Warlock mit Dämmerklinge könnte hier einfach so zack rüberspringen, und dann spart man sich den Weg außenrum. Hm. Welch angenehmer Pfand. Unfassbar. Bauerische Königinnen. Ja, 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 ja. Ich mach' hier Thron, der zerbrochene Thron mach' ich Solo gerade. Ich wollte es zuerst Flawless und Solo machen. Aber das war doch ein bisschen sehr hochgestochen. Also, was du da einen Schaden gekriegt hast. Heftig. Ich werd' jetzt hier auch noch mal heftig auf den Sack kriegen. Das ist übrigens die Tochter von Savaton, hab' ich mir sagen lassen. Die hier. Dül Icarou, die ewige Rückkehr. Dül. Güler, güler. Güler, güler. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Boah, ich schieß' ihm mein eigenes... Oh, nein. Vielleicht doch erst die Kleinen wegmachen. Die vermehren sich halt auch wie die Kanicke, ne? Schlimm. Müssen wir mal ein Pestizid dagegen entwickeln. Holy moly. Schaff' ich das? Los! Wow! Nice! Nur dieses Mal schaff' ich's aber nicht. Doch, 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 doch. Ich muss rennen. Ich muss am Anfang rennen, dann kann ich rumfliegen. Ich glaube schon das Beste, wenn ich am Anfang die kleinen kille und mich dann auf die drei großen konzentriere. Ich spawn halt auch hier. Das ist nicht unbedingt so gut. Stark. Sieben Tote, das ist eine gute Zahl, sieben ist eine Glückszahl. Das heißt, jetzt schaffen wir es. Ich bin einfach mal so frei, mein Großer. Haben die eigentlich die Fähigkeit, sich unendlich häufig zu vermehren? Oder haben die ein maximales Vermehrungs-Cap? Und können die, die sich vermehrt haben, nochmal vermehren? Oder nicht? Unfassbar. Man hat halt echt das Gefühl, man kämpft immer gegen gleich viele, ne? Wow. Hi, Jungs. So. Jetzt suche ich mir hier mal eine gute Position, obwohl es kommt dann sicher gleich. Wir probieren es trotzdem. Ja. Und wenn das Ding kaputt ist? Spawn die kleinen nochmal nach. Verdammte Axt. Und das ist, äh... Und das ist, äh... Okay. Okay. Hm. Okay. Ooh. Stimmt, da verliert er seinen Kopf. und dann wird er ultraschnell ja supi was mache ich denn jetzt wenn auch mein tod war nie eigentlich verdammt ich hab ne idee weiß noch nicht ob sie funktionieren zwar ich muss die kleinheit weg springen bevor ich in den angriff gehen kann deswegen brauche ich hierfür das hier ist der f600 per zufahr granatwerfer ja Die Idee ist eigentlich nicht übel An der Umsetzung hapert es etwas So ein Granatwerfer, wo ich die ganzen Finder wegmachen kann Wir probieren es mal mit einer Solargranate Libelle wäre hier natürlich Genau, Libelle wäre ganz gut Wir probieren es einfach mal So, keine störenden kleinen Viecher mehr Nein, da noch Wow Jetzt aber Ich stand nicht gut Die Welle macht Da habe ich viel mehr Sinn, ne? Wir probieren es mal mit Libelle Guck mal, irgendwo muss ich da Einsam mit Libelle Toben Einfach Wieder dreifach Mein Gott Wieder nur toben Das hat Libelle drauf Aber Handcannon wäre ja gut Aber ich habe keine Handcannon mit Libelle Endlich Nie aus dem Raid eine mit Libelle gekriegt Das ist bitter Ich bitte Aber so geht es So geht es Ich muss hier auch nochmal hochinfundieren Löwingbrühe? Nö Wird auch ganz gut Die wichtigste Zutat passt schon Wir nehmen die wichtigste Zutat Schmeißen wir rein Hier passt schon So Wir können ein bisschen envious Einfach mal E-Belle Nein, Masterwork Nation, also Nation der Bestien habe ich leider nie gekriegt, ärgerlicherweise Aber ich knacken das schon, das hat jetzt gut funktioniert mit der Handcannon Das muss ich jetzt eigentlich kurz aufladen lassen Das ist der Moment, wo ich eigentlich tauschen könnte Nein, ich schaff's nicht Nein Die hat halt gerade knapp nicht genug Schlagkraft, um mit einem Hit Wow, treffe einfach gar nicht Aber macht nichts, ich sammle eh gerade Munition Der Anfang muss halt stimmen So, jetzt quitten wir kurz Weil das ist halt schon das, das Solo, ne, flawless Doch, doch, das schaffe ich, ich habe das vorhin schon gemacht in die Richtung Na Jungs Bist zu Hexe, meinst du, geht's einfacher? Ich werde ihn eigentlich noch nicht töten, das ist ein bisschen mein Problem Ich bin wahrscheinlich nicht drumrum Ich bin wahrscheinlich nicht drumrum Ich bin wahrscheinlich nicht drumrum Das sind die anderen zwei Da sind die Spaßvögel Bleibt auch nicht unendlich lang auf dem Boden liegen, ne? Ich glaube, ist schon wieder weg Ja, ich, ich, äh, wie viele Lebenspunkte sind das? Wie geht's? Okay, ich schieße sie alle bis zur Hälfte runter, oder ich nehme es auf. Oder ich drücke einfach mal Schaden zwischendurch. Vielleicht auch nicht mehr schlecht, ne? Jetzt habe ich ja wieder das Problem, dass ich... Was ist, wenn ich einen schlage, setze ich dann irgendwas auf? Ja, das wird sich jetzt ein bisschen ziehen. Leider Gottes. Risikoreich bitte, dann muss ich meine Black Spindle weglegen, das mache ich nicht. Wenn ich göttlichen Segen drauf mache, müsste ein Hatchet reichen. Ja, das stimmt. Das ist unfassbar. Dass es so wenig ist, dass es gerade knapp nicht reicht, ne? Das ärgert mich schon ein bisschen. Das ist... Oh, wie clever von mir. Stark. Ich habe erst kürzlich noch ein Video dazu gemacht, weißt du? Okay. Okay. 18 Tote. Scheiße. Ja, ich brauche auf einer Seite unbedingt die Granate. Das ist ganz wichtig. Zudem. Stellen wir den um. Granate, die einen töten. Rift stellen. Schaden auf die Dings machen. Die am besten möglichst schnell runterballern. Dann. Ja, das geht. Ich habe halt nur ein bisschen wenig Spitz. Heavy. Ich fahre mal ganz kurz Heavy hier, weil das wird sonst eine Katastrophe. Das ist der letzte Mist. Ich drücke dir trotzdem die Darm. Dankeschön. Danke für die ganzen Follows leider. Ja, das wird schon gehen. Wir werden das schon hinkriegen. Ich brauche nur ein bisschen mehr Ammunition. Heavy Ammunition. Liegt die Granate eigentlich so gut? Die töten gerade alle, ne? Ja, perfekt. Mit dem Titan Company ist sicher außenrum. Ebenfalls. Nachtschuss ist halt ein bisschen wenig. Ich hätte auch gerne mehr. Ich muss halt auf sie und auf die anderen Schaden machen. Die Hexe ballert mich weg, wenn ich das mache. Wenn ich da draufstehe. Frichtal, danke schön für den Sub. Komm, Heavy. Hab mal Heavy raus. Geheil dich. Okay. Ah, schaffst du nicht gut. Wir haben die Hexe driften mich hier. Okay. Ich bin es gut. Take Michael. Hab ich deut. Ab House. Hab ich uns gut. wow jetzt steht sie rechts ich krieg keine heavy, es droppt halt keine heavy bei mir schwebt die hexe direkt zu, dass ich 6 Schuss ihr hattet wahrscheinlich einfach Glück ne, also bei mir dreht sie sich halt immer, ich glaube je nachdem wo sie die Position hat ich denke wir können es jetzt versuchen, 17 Schuss, äh 14 Schuss, let's try bye okay 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 ich lass den Kristall kommen, weil ich hab nicht mehr genug Zeit und ich lass die schwach okay 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 Okay. Hätte ich locker geschafft noch, ja. Keine Ahnung, es irritiert mich, dass man so unfassbar viel Schaden macht, aber ich hätte es tatsächlich noch geschafft von der Zeit her, ja. Nett, nett. Wäre halt gut, wenn ich jetzt am Ende einfach noch ein Exo gekriegt hätte. Nicht mal verbessert, ne. Einfach ein Triumph. Und zwar... Ah, ewige Rückkehr. Mr. Ghost! Dankeschön! So, ähm... Wenn ihr immer weitere Destiny-Videos von mir sehen möchtet in der Abo-Box und die Glocke aktivieren, wenn ihr möchtet, dass das Ganze als direkte Benachrichtigung kommt. Gut. Dann für YouTube sage ich, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.